Das Unsagbare passiert. Der Teufel bietet Brain einen Deal an, durch welchen er die Weltherrschaft bekommen würde, sobald er seine Seele an ihn verkauft. Brain lehnt ab, aber der Teufel kann Pinky davon überzeugen, seine Seele für Brains Weltherrschaft zu geben. Als Brain das erfährt, fordert er den Teufel zu einem Wettstreit heraus, um Pinkys Seele zurückzugewinnen. Was soll man sagen? Das ist ein Halloween-Special, wie ich es mir von der Animaniacs-Serie gewünscht hätte. Alles ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und noch viel mehr. Die Idee, dass Pinky den Teufel mit seinen nervigen Sprüchen wie Zot, Trotz, Narve etc. in den Wahnsinn treibt, ist super und kann einen schon einen derben Lachkrampf verpassen. Aber damit nicht genug. Als Brain im Akrobatik-Dress die Bühne betritt und sich mit leichten Fuß über den Sportplatz tanzt, setzt dem Ganzen die Krone auf. Nein, diese Bewertung stelle ich nicht in Frage. 5 von 5 Harlequin Snowballs. Bis zum nächsten Mal. Das Kraftfahrzeugverkehrsamt. Der Plan kann unmöglich stimmen. Neue Anschrift, Führerscheinausstellung, Fahrzeuganmeldung, wahnsinnig lange Schlange, die nirgendwo hinführt. Hades. Na, was sagt man dazu? Wie praktisch.